Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker Unboxing. Heute habe ich den Ultra Boost 20 für euch. Wie jedes Jahr kommt eine neue Version bzw. eine geupdatete Version des Ultra Boosts raus. Einer der meistverkauften Adidas Sneaker überhaupt. Ist wie beim iPhone jedes Jahr eine neue halbe oder halbrichtige Version, die dann eine neue Typbezeichnung bekommt. In diesem Fall 20 für 2020. Ihr seht schon am Karton, ist mal was Neues. Adidas, was ist da los? Sehr, 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 sehr gelungen. Seidenpapier mit Adidas und Ultra Boost Logo drauf geprintet. Und ja, da hat sich der Nelly ein abgespacedes Colorway ausgesucht, liebe Freunde. Moment, Moment, bevor wir jetzt natürlich hier ins Detail gehen, wird doch schon mal einen Blick drauf. Also ich werde nochmal kurz hier ein bisschen das Licht richten, dass ihr das gut seht. Und ich werde in der Zeit mal hier den zweiten Schuh auspacken. Und wir legen den Karton ein paar Mal hier zur Seite. Erster Eindruck. Wunderschöne Silhouette. Sehr gelungen. Mir fallen gleich sofort hier ein paar Änderungen hier vorne auf. Hinten auch Ultra Boost Sohle. Das sieht, also erster Eindruck, sieht sehr, sehr nice aus. Ich muss natürlich sagen, ich habe mir explizit hier ein Colorway ausgesucht, auch mit diesem Metallic Look. Nennt sich tatsächlich auch Metallic. Einfach abgespaced, seht ihr, dass wir die Farbe verändert. Das ist, je nach Lichteinfall verändert das Ganze hier natürlich ein bisschen die Farbe. Also sehr gelungen. Erster Eindruck, sehr schön. Ultra Boost sowieso. Ein sehr, sehr, sehr schöner Sneaker. Ich habe teilweise meine Ultra Boost, die ich vor 4, 5 Jahren oder 3, 4 Jahren gekauft habe. Immer noch, die teilweise kaputt sind. In diesem Bereich kaputt sind. Und ich sehe, hier wurde was verändert. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Trotzdem, sehr, sehr, sehr schöne Silhouette, muss man einfach sagen, liebe Freunde. Wenn wir uns das Ganze mal hier zum Beispiel anschauen. Das Upper wurde verändert. Also wir können hier nochmal einen Blick drauf werfen, dass ihr das nochmal hier ein bisschen im Detail seht. Seht ihr das? Das Upper wurde verstärkt. Und nicht nur hier oben, sondern hier an den Seiten. Denn ich kann euch genau sagen, meine Ultra Boost sind nämlich schon gerissen. Den nutze ich ja mittlerweile aktuell nur nochmal schnell ins Büro, wo mich keiner sieht oder mit Hund laufen. Deswegen sind sie auch zerrissen. Deswegen behalte ich sie auch noch, weil sie gerade für diese Zwecke gut sind. Gerade in diesen Bereichen wurde der Ultra Boost einfach verstärkt. Und das sieht einfach nice aus. Und das wurde Ton in Ton gemacht. Jetzt Gott sei Dank nicht in einer anderen Farbe, weil das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich finde gerade diesen Bereich sehr schön. Das heißt, Adidas hat darauf geachtet. Hat gesagt, ey Leute, eure Boosts gehen da kaputt. Und das verstärken wir, dass das eben nicht mehr passiert. Sehr, sehr, sehr nice. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wir uns jetzt nochmal hier vielleicht ein bisschen die Farbe anschauen wollen, liebe Freunde. Das sieht halt tatsächlich auch wirklich unglaublich nice aus. Mir gefällt dieses Metallic einfach wirklich sehr, 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 sehr gut. Muss man einfach ehrlich sagen. Das sieht einfach verdammt gut aus. Was wir auch noch haben, die Boostsohle wurde tatsächlich verändert. Sie kommt einem nicht nur dicker vor, sie ist ein bisschen dicker. Sie wurde insgesamt an sich auch komplett verändert. Auch hier die Außengummisohle wurde verändert. Das Ganze soll jetzt noch mehr Energie zurückgewinnen. Energierückgewinnung sollte verstärkt sein. Ob es man spürt oder nicht, da bin ich richtig gespannt, wenn wir jetzt in den On-Feed-Teil hüpfen. Sieht aber trotz dessen einfach schon mal sehr vielversprechend aus. Was wir hier zum Beispiel schon von 2019 erkennen, liebe Freunde. Dieses 3D-Element hier. Das ist uns erhalten geblieben. Wurde es leicht verändert? Ich glaube nicht. Das sieht tatsächlich noch identisch aus. Passt auch, sieht ästhetisch gesehen auch sehr schön aus. Verstärkt natürlich, hat nicht nur einen ästhetischen Aspekt, sondern tatsächlich auch funktionellen. Es soll eben diesen Bereich stabilisieren, wo ich euch aus erster Linie noch von einer der ersten Boosts sagen kann, wo das Problem nämlich lag, wenn es hier zu locker war, hat es nicht nämlich immer schön gerieben. Und wenn man so Sneakersocken oder etwas kürzere Socken getragen hat, hat es immer dazu geführt, dass der Schuh, der Ultra Boost selber, die Socke immer stückweise bei jedem Schritt runtergedrückt hat und sehr nervig war. Und das wollen sie einfach mit diesem Element hier verstärken, dass das eben nicht passiert. Das erkennt man auch so ein bisschen Silhouette, dass es eher zusammengedrückt wirkt und das ist auch richtig so. Das Ganze wurde hier zum Beispiel auch noch mit einem schönen Strich verstärkt. Ich weiß nicht, da sieht er mehr nach einem ästhetischen Punkt als funktionellen Punkt aus. Sieht sehr schön aus. Ja, die Zunge, wie üblich. Hier haben wir tatsächlich jetzt mal ein anderes Logo drauf, was ich auch sehr cool finde. National Lab Adidas CRS Boost in Space. Das ist also wirklich dieses Space Design. Es gab ja diese Space Kollektion auch mit NASA etc. Und ich finde wirklich dieses, also das Colorway, das ist mal was anderes. Also muss man lieben oder kann man hassen, sagen wir es mal so. Aber ich freue mich jetzt einfach mal ein bisschen auf diesen On-Feed Teil, wenn wir einfach mal reinhüpfen und schauen, ob der Ultraboost immer noch das ist, was der alte Ultraboost eigentlich war. Ein verdammt bequemer Sneaker, Freunde. Lasst uns anschauen. So, liebe Freunde, da sind wir im Ultraboost 20 drin. Der 220er in der Space Version mit dem Space Colorway. Das sieht einfach nice aus. Also, erster Eindruck. Er fühlt sich an wie ein Ultraboost. Das haben sie nicht geändert. Vielen lieben Dank. Was ich hier aber direkt spüre, im Gegensatz zu meinem normalen Ultraboost, spüre ich hier leichten Druck. Und das ist, was ich gemeint habe, was die alten Versionen nicht hatten, was die neuen jetzt alle haben seit 19. Dass er hier reindrückt, dass das eben nicht mehr passiert. Da gewöhnt man sich dran. Das ist überhaupt nicht schlimm. Er fühlt sich sehr bequem an. Also, ich habe schon das Gefühl, dass die Ultraboost Sohle einen Ticken besser geworden ist als vorher. Nicht mehr so matschig, sondern leicht, fester ist vielleicht das falsche Wort, sondern kontrollierter vielleicht. Ein bisschen kontrollierter. Ein bisschen, ja, ein bisschen, er reagiert besser, der Schuh, habe ich das Gefühl, bei den kleinen Schritten hier so. Also, fühlt sich nicht mehr nach einem Matsch-Sneaker an, sondern eher nach einem sehr stabilen, weichen, aber kontrollierbaren Sneaker. Also, das sieht wirklich nice aus. Sollte ich vielleicht nochmal erwähnt haben, was wir vorhin darüber geredet haben, diese Verstärkungen. Ich spüre sie nicht. Also, Jackpot, das ist nice, wenn man das schafft zu verstärken, ohne dass man es hier nachher spürt. Finde ich sehr gut. Eine Silhouette natürlich, wie üblich, beim Air Force One. Sieht gut aus. Das Colorway kann man sich jetzt so beschreiben, Freunde, das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde ihn sehr nice. Er fühlt sich echt gut an. Ihr müsst jetzt auch keine Nummer kleiner, größer, halber, etc. nehmen. Er fällt true to size aus, wie es beim Ultra Boost halt üblich ist. Ich trage 44 und mit 44 hier fühle ich mich einfach perfekt aufgehoben da drin. Also wirklich Ultra Boost 20, ein sehr gelungener, toller Sneaker. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker-Unboxing. Heute haben wir den Adidas Hi-Wii. Ich habe am Anfang sogar falsch gelesen, sagte er, steht da Hawaii oder was? Nee, Hi-Wii mit Doppel-E. Sehr schönes Sneaker, kostet knapp um die 8, ne, 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 89,99 habe ich bezahlt.